Bei der Kugel bespreche ich hier eine Umkehraufgabe und zwar bei gegebenem Volumen. Wir haben hier ein Volumen von 260 Kubikdezimeter und daraus berechnen wir zuerst den Radius und dann die Oberfläche zu bestimmen. Wie immer bei Umkehraufgaben ist es so, dass ich mit der Formel beginne, von der ich das Ergebnis weiß und das ist hier das Volumen. Nun, deshalb schreibe ich in einem ersten Schritt die Volumensformel für eine Kugel auf. Sie lautet 4 mal R hoch 3 mal Pi geteilt durch 3. In einem zweiten Schritt ersetze ich die Buchstaben, die ich kann, durch Zahlen. Das ist bei Umkehraufgaben immer der Buchstabe auf der linken Seite. Für V setze ich jetzt laut Angabe 260 ein. Die rechte Seite bleibt vorläufig gleich. Formeln sind nichts anderes als Gleichungen und da spielt auch die Volumensformel keine Ausnahme. Wir formen die Gleichung nach der unbekannten um. Das ist hier R und umformen heißt, dass das R schlussendlich alleine steht. Und es steht dann alleine, wenn ich alles, was um das R herum steht, mit dem Gegenteil wegbekommen. Als ersten Schritt eliminiere ich dividiert durch 3, indem ich beide Seiten mit mal 3 multipliziere. Das ergibt als Ergebnis 780 auf der linken Seite und auf der rechten Seite bleibt übrig 4 mal R hoch 3 mal Pi. Weil dividiert durch 3 und mal 3, das hebt sich auf. Das kann ich in diesem Fall streichen. Als nächsten Schritt eliminiere ich mal 4, indem ich beide Seiten durch 4 dividiere. Ich schreibe in diesem Fall auf der linken Seite auf 780 dividiert durch 4 und auch auf der rechten Seite nach dem mal 4, das dividiert durch 4 mal R hoch 3 mal Pi. Und erhalte folgende Zwischenergebnisse auf der linken Seite 195 und auf der rechten Seite bleibt übrig R hoch 3 mal Pi. Mal 4 und dividiert durch 4, das kann ich eben kürzen. Im nächsten Schritt eliminiere ich mal Pi, indem ich beide Seiten durch die Zahl Pi durch die Konstante dividiere. Das heißt auf der linken Seite 195 geteilt durch Pi und auf der rechten Seite R hoch 3 mal Pi geteilt durch Pi. Ergibt auf der linken Seite ein Zwischenergebnis, das wir nicht runden sollten, von 62,070. Und auf der rechten Seite bleibt nur R hoch 3 übrig, weil mal Pi und dividiert durch Pi können wir wieder kürzen. Ich will aber nicht r hoch 3 wissen, sondern nur R und das Gegenteil von der Potenz hoch 3 ist die dritte Wurzel, auch Kubikwurzel genannt. Und die ziehe ich jetzt auf beiden Seiten. Das ergibt auf der linken Seite eine Rechnung, die dritte Wurzel von 62,070 und so weiter ist gleich R, weil R hoch 3 und die dritte Wurzel heben sich auf. Und das kann ich jetzt mit dem Taschenrechner berechnen, die Kubikwurzel von 62,07. Ich erhalte als Ergebnis für den Radius 3,96 Dezimeter. Und damit habe ich das erste Ergebnis erzielt und das formuliere ich dann auch noch in einem Antwortsatz. Der Radius der Kugel beträgt 3,96 Dezimeter. Davon ausgehend kann ich jetzt in einem weiteren Schritt die Oberfläche berechnen, weil ich jetzt den Radius zur Verfügung habe. Den Radius der ja mit 3,96 Dezimeter berechnet wurde. Die Oberflächenformel einer Kugel setzt sich zusammen aus dem vierfachen Flächeninhalt eines Kreises und sie lautet in diesem Fall 4 mal R² mal Pi. Im nächsten Schritt ersetze ich R durch die zuvor berechnete Größe von 3,96. Das Ganze wieder zum Quadrat mal Pi. Und wenn ich das in den Taschenrechner eingebe, erhalte ich das Ergebnis für die Oberfläche. Und das beträgt in diesem Fall 197,06 Quadratdezimeter. Auch diesen Sachverhalt würdige ich mit einem Antwortsatz. Die Oberfläche der Kugel beträgt 197,06 Quadratdezimeter. Das war eine Berechnung bei der Kugel, eine Umkehraufgabe, wo wir aus dem Volumen das, den Radius und die Oberfläche berechnet haben. Ich hoffe das Video hat euch weitergeholfen. Bis bald bei einem neuen Video hier auf diesem Kanal. – – – – Untertitelung des ZDF, 2020